Liebe Freundin, hier ist euer Steinwallen, unser Sohn, der Erbe des Reiches, der Sohn von Herzog Krutoi, die Hoffnung aller Slaven, ist tot, gestorben in der Schlacht gegen die lapländischen Invasoren und niemandem ist zu feiern, zumute, die Trauer ist groß hier unter den Obotriten und sonstigen Kleinstämmen hier im Norden. Ja, ein Grund, warum das passiert ist, hängt auch ein bisschen mit der Spielmechanik zusammen, nämlich mit einer an sich sehr komfortablen Angelegenheit, nämlich die Tatsache, dass das Spiel automatisch die besten Befehlshaber sortiert und zu Champions macht. Und da unser Sohn vorher Kind war, war er natürlich noch kein Champion, aber als er gerade erwachsen geworden ist, wurde er hier einsortiert. Damit hat er automatisch an der Schlacht teilgenommen, ohne dass wir das wirklich realisiert haben und dann ist es passiert. Man kann das verhindern, indem man bestimmten Charakteren verbietet, dass sie Champions werden. Das sollte man tun bei wichtigen Charakteren, die besonders stark sind, die man zum Beispiel im Rad hat und nicht riskieren möchte, dass sie sterben. Oder eben bei so wichtigen Familienmitgliedern. Man kann aber natürlich auch schlechtere Charaktere dazu zwingen, das zu tun, wenn man vielleicht ihr Lebensrisiko etwas erhöhen will. Auch eine Strategie. Wie auch immer, wir hätten unserem Sohn das verbieten sollen, aber da wir gar nicht mitbekommen haben, so richtig, dass er erwachsen geworden ist und Champion geworden ist, ist das nun passiert. Wie ihr seht, wir können zwei weitere Champions im Übrigen auch zu uns holen. Wir haben niemanden, nicht mal einen Gast, der geeignet ist. Wir werden Champions mal einladen. Das kann man nur alle zehn Jahre machen. Kostet uns 150 Prestige. Scheint mal in dieser Situation sinnvoll und nötig zu sein. Wir müssen sie dann aber, glaube ich, sogar noch bezahlen. Gut. Ansonsten zum Thema Erbe. Es ist natürlich so, unsere Frau ist 36. Das heißt, die Chancen sinken langsam, dass das nochmal klappt mit Nachwuchs. Dann muss es ja auch noch männlicher Nachwuchs sein. Warum bin ich so erpicht auf männlichen Nachwuchs? Natürlich geht auf weibliche Nachwuchs. Natürlich gehen auf weibliche Herrscher. Aber die Gefahr ist, wie soll ich sagen, ein bisschen größer. Weibliche Herrscher sind nicht so sehr anerkannt in der Regel beim Volk, bei anderen bei Seilen. Und es ist leichter, gegen sie Ansprüche durchzusetzen. Insofern ist man immer auf der besseren Seite, einen männlichen Nachfolger und Herrscher zu haben. Ich würde mal sagen, wir geben unserer Frau noch ein paar Jahre Zeit. Und ansonsten werden wir uns mal am Hofe umsehen, nach jungen, gebärfähigen Damen. Und vielleicht den einen oder anderen Gast, weiblichen Gast bei uns beglücken. Irgendwie brauchen wir noch einen Nachfolger. Und wenn es ein Bastard ist, den wir legitimieren, ist das soweit auch in Ordnung. Okay, soweit zu dieser Frage. Die Schlacht haben wir zur Kenntnis genommen. Wir können einen Vorzug noch wählen. Und ich denke, es ist jetzt sinnvoll. Ich gucke mal kurz. Kampfgeschick plus vier. Standhafte Anführer ist auf jeden Fall eine super Sache, die wir unbedingt machen sollten. Ich spekuliere auch sehr auf diese absolute Kontrolle. Das ist eine sehr schöne Eigenschaft. Die führt dazu, dass man, wenn man Kontrolle 100 hat über ein Gebiet, man noch mehr Steuern und Aufgebote bekommt. Aber wisst ihr was? Um jetzt zumindest nicht noch eine unliebsame Überraschung zu erfahren, gehen wir mal rüber in Richtung standhafte Anführer und sorgen dafür, dass unser Herrscher noch besser kämpft und auch sein Risiko zu sterben sinkt. Ich glaube, das ist jetzt gerade in dieser Situation nicht ganz unwichtig. Er hat damit eine persönliche Befehlsstärke von 14 jetzt. Oder? Vielleicht ist es auch noch gar nicht berücksichtigt und wir sind noch höher. Ne, doch, es ist schon berücksichtigt. Okay, so weit, so gut. Jetzt die Frage, wie gehen wir weiter um? Ich würde sagen, wir werden tatsächlich erst mal den Pommerschenherzog hier versuchen zu schlagen, bevor wir uns wieder um die Lappländer kümmern. Möglicherweise müssen wir auch in deren Heimatland noch segeln, um den Krieg zu beenden. Ich hoffe, das ist nicht nötig. Wir werden sehen. Hier allerdings kommen schon uns die Preußen zuvor. Oder die Pruzen, jetzt sage ich es selber. Falsch, die Pruzen. Denn, ähm, ja, Pommern hatte ja einen Angriffskrieg gegen die Pruzen durchgeführt und ist jetzt gerade total am Scheitern bei der Sache. Na gut, unsere Kriegserklärung hat sich ja auch seinen Teil dazu beigetragen. Ja, wir sollten jetzt aber nicht, natürlich nicht unnötigerweise mit den Pruzen jetzt hier ins Gefecht geraten. Das wäre völlig sinnlos. Und wir sehen, der erste Champion ist eingetroffen. Waffschenek. Ein 18er. Großartig. Guter Mann. Den sollten wir unbedingt rekrutieren. Beziehungsweise können, glaube ich, hier gleich aus der entsprechenden Ansicht rekrutieren. Oh, und ein Gast, der 15 hat. Gehört er auch zu den Champions, die wir eingeladen haben? Wir schauen mal. 20. Ich denke, das leisten wir uns auf jeden Fall. Wir werden ihn rekrutieren. Und den 15er, der kostet 50. Ach ne, Quatsch, 10. Ja, ist doch wunderbar, noch besser. Den rekrutieren wir auch. So, dann würde ich sagen, verbieten wir zum Beispiel mal unserem Ratsmarschall mit seiner sehr guten Kriegsführung. Verbieten wir, und er ist kein guter Kämpfer, verbieten wir es hier bei uns zu kämpfen. Allerdings sehe ich gerade, uns fehlt natürlich jetzt noch einer. Na gut, warten wir mal. Es müsste noch einer mindestens kommen. Genau, zwei Gäste waren da. Ich glaube, drei sind zugesichert. Um jetzt den Kriegstand zu bekommen hier gegen Pommern, müssen wir weiter belagern. Jetzt sind allerdings hier prusische Truppen, die belagern. Dahinten, das sind Verbündete der Prusen. Glaube ich zumindest. Ja, genau, das sind Verbündete. Wir müssen also irgendwas anderes belagern, vielleicht diese Burg hier. Wir müssen bloß zusehen, dass wir nicht aus Versehen jetzt den Prusen in die Quere kommen, denn dadurch, dass wir das gleiche Kriegsziel haben, sind wir tendenziell auch feindlich zueinander eingestellt. Es kann also zu Gefechten kommen, falls wir denen begegnen. Korruption gesenkt. Sehr schön. Mangel an Schultheisen ist vorbei. Dieser Effekt. So, die bewachen jetzt, unsere Verbündeten bewachen jetzt hier unsere Hauptburg. Das ist eine schöne Sache, finde ich, dass sie jetzt nicht komplett zurück marschieren in ihr eigenes Land. So, das Problem ist, wenn wir jetzt hier reinmarschieren, verlieren wir Truppen. Und ich habe auch eine Sache neu von euch erfahren, wie das mit dem Verschleiß hier auf diese Art und Weise funktioniert. Zermürbung. Normalerweise ist mir das System mehr bekannt, dass wenn man über die Versorgungsschwelle kommt, dass wir dann Zermürbung haben. Aber zusätzlich ist es so, wenn man an einer Burg vorbeizieht, nicht an einem anderen normalen Gebiet, dann verliert man ebenfalls nochmal Truppen. Ich weiß jetzt nicht, was da für ein Faktor in Frage kommt, aber hier sind es in der Regel 100. Wie viel haben wir denn hier die Verzeidigen? 240. Wir haben 61%. Ich glaube, wir müssen... Es wäre natürlich am besten, wenn wir die Hauptstadt belagern oder erobert haben, aber das haben jetzt die Preußen getan. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen das nehmen, was möglich ist. Wir ziehen dort zur Burg und müssen dann eben die 100 Verluste in Kauf nehmen. So hart es auch ist. Ja, da sind die 100 Verluste und wir starten jetzt hier unsere Belagerung ohne Belagerungswaffen. Vielleicht auch nochmal... Oh, und das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ah, verdammt! Jetzt habe ich unnötigerweise die 100 in Kauf genommen, weil wir müssen dringend zurück. Damit hätte ich natürlich rechnen müssen. Die 1500 Mann, die müssen wir natürlich jetzt besiegen und dazu brauchen wir unseren Verbündeten. Der kann da nicht alleine stehen. Ja, Pech. Richtig Pech. Richtig doof gelaufen. Ich hoffe, sie sind schlau genug, dass sie dort ihre Stellung verlassen. Mal gucken. Wir sind Gott sei Dank auch... Ja, sehr schön. Schaut mal, wie klug sie agiert. Sie ist rechtzeitig jetzt hier zu uns gezogen in den Wald. So stelle ich mir das vor. Sehr gut. Wir sind allerdings auch schon wieder 100 Mann mehr. Erfreulich. So, und jetzt müssen wir sehen, dass wir sie wieder irgendwie zur Schlacht stellen können. Na, können wir das irgendwie abkürzen? Ne, wir müssen die große Runde gehen. Aber kriegen sie hoffentlich dort am besten noch im Wald. Hier können wir abkürzen. Jawohl. Das müsste zur Schlacht führen. Ja, im Wald. Das müsste uns dann noch einen entsprechenden Vorteil geben. Unsere Verbündeten kommen nach. Die Schlacht von Greifswald ist im Gange. Unser Vorteil ist enorm. Wir führen weiter an. Warum haben wir eigentlich ein 25er? Ah, wisst ihr was? Wir... Bei uns zählt nicht die persönliche Kampfstärke. Das hatte ich gar nicht... Das hatte ich jetzt falsch beachtet. Sondern bei uns zählt die Kriegsführung-Eigenschaft. Weil wir komplett der Befehlshaber der Armee sind. Und weil wir unsere eigenen Truppen als Herrscher anführen, wächst der Vorteil nochmal. Dennoch, denke ich, ist es wichtig, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben in Schlachten, jetzt reduziert ist. Durch den Perk. Insofern eine gute Sache, würde ich sagen. Und... Unser Champion Budivoy konnte Mocken verstümmeln. Sehr gut. Oh, ein Soldat konnte sogar einen feindlichen Champion... Oh, und was haben wir hier? Hier kommt noch eine Truppe. Wo kommt die denn bitte her? Wartet mal. Okay, also es sind feindliche Champions, aber wie hat der denn... Hat der Verbündete? Er hat Verbündete. Ich weiß nicht, ob die mit im Kampf sind, im Krieg sind. Guck mal kurz mal rein. Tatsächlich, das ist neu. Hier steht eins, aber ich sehe nichts, wenn ich auf Plus gehe. Hm. Bin mir nicht ganz sicher, wie jetzt diese 770 Mann daherkommen, aber die werden wir auch noch besiegen. Ähm, kein Problem. Oh, verdammt. Wir haben... Unser Bürgermeister, unser Ratsverwalter, Bretischlaf, ist verwundet worden. Die Wunde scheint tief zu sein. Ich fürchte, dass sein Körper nicht stark genug sein könnte, um dagegen anzukämpfen. Mir ist, als ob der Tod bereits an seinem Bettstatt sitzt. Oh nein. Er ist schwer verletzt. Das ist schlecht. Gut, er ist jetzt... Okay, jetzt kein so ein überragender Verwalter gewesen. Wir können im Moment nichts tun. Unser Arzt... War ja der Arzt eigentlich. Nee. Aber nicht. Das war ein Champion, der der Arzt war. Kann offensichtlich auch nichts tun. Wir werden jetzt diese Schlacht erfolgreich beenden, auch wenn die 770 jetzt noch hineinkommen. Glücklicherweise kommen sie sogar zu spät für diese... Nein, sie sind tatsächlich noch rechtzeitig reingekommen. Wow. Und sie haben Bogenschützen dabei. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das wird noch zu einigen Verlusten auf unserer Seite führen. Und wir können nur hoffen, dass die Preußen bald ihren Krieg beenden dort. Okay, unser Champion Mikolas wurde verwundet. Mein gegnerischer Champion konnte verstümmelt werden. Und was passiert hier? Tatsächlich, der Krieg ist vorbei. Genau, die Preußen haben gewonnen. Das ist schon mal gut. Und das Wissen des Hofarztes wurde erhöht. Also Jaroslav ist jetzt richtig Arzt. Er war ja vorher jung Arzt. Ist selber auch verwundet, aber ich glaube, er kämpft trotz der Verwundung mit mit Kampfgeschick 11. Ja, hätten wir jetzt genug Champions, könnten wir sagen, wir entlassen ihn auch aus dem unmittelbaren Befehlsdienst. Weil er ja ein guter Arzt ist, aber nee, wir brauchen glaube ich jeden Mann jetzt. Ich erwarte eigentlich noch auf einen weiteren Champion. Okay. Schlacht ebenfalls gewonnen. Die Schlacht von Greifswald. Leider auch auf unserer Seite hohe, hohe Verluste. 507. 11% Kriegspunkte immerhin. Die Niederlage der Pommern gegen Pruzen gibt uns allerdings jetzt die Möglichkeit, dort vielleicht endlich zu einem Siegfrieden zu kommen. Wir gucken mal, Forderung erzwingen wird er noch nicht annehmen. Nee. Und indem wir nämlich die Pommersche Hauptstadt belagern und erobern. Das Problemchen, was erneut bestehen wird, dass die natürlich wieder zurückkehren werden und Stress machen werden. Aber ich hoffe, dass wir unseren Verbündeten und Grafen dann wieder bei uns haben werden. Ich versuche jetzt erstmal diesen einen Krieg zu beenden, sonst wird das hier nichts. Das heißt, wir werden das jetzt durchbelagern und ich hoffe, dass er sich klug verhält und dass er sich nicht da zum Opfer macht. So, jetzt ist aber ein Problem. Ein Häuptling ist dem Krieg beigetreten, unserem Krieg, gegen dem Herzog auf der anderen Seite. Der hat offenbar ein neues Bündnis und der Mann hat 931 Truppen. Das ist schlecht. Wo kommt der denn bitte her? Ein Häuptling da hinten. Jadwinga. Das ist sehr, sehr schlecht. Das spricht weiterhin dafür, dass wir hier ganz schnell mal die Hauptstadt erobern müssen, die Hauptburg, um diesen Krieg zu beenden. Ich meine, wir haben 70% Kriegstand. Wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. So, der nächste Champion ist da. Den brauchen wir dringend. Karol kämpft mit 17 hervorragend. Genau, dann werden wir den auch rekrutieren für 15. Hervorragend. So, damit haben wir eigentlich 5 von 6. Ne, dem haben wir das verboten. Der ist verletzt. Karol ist noch nicht da. Jetzt ist er da. Jetzt haben wir 6 von 6. Jetzt passt das alles wieder hervorragend. Gut, alles klar. Brauchen wir so 1-2 Tage, ehe diese Sachen umgesetzt werden. Ja, und dann schauen wir mal. Ich sag mal, wenn dieser neue Verbündete dort mit seinen 800-900 Mann kommt, da kommen wir schon noch mit klar. Jetzt ist die Frage, was macht der Graf von Gdansk? Möglicherweise zieht er zurück um jetzt diese anderen Plünderer oder wer das auch immer ist. Ah, schaut mal, ich habe gar nicht mitbekommen, es gibt einen weiteren Krieg. ein Graf Tüge hat hier angegriffen. Ein schwedischer Graf, so wie sie aussieht. Der Graf von Möhre. Und er will diese Provinz erobern, es ist ein Religionskrieg. Oh, das ist natürlich schwierig. Es kann sein, dass Pommern jetzt tatsächlich komplett zerfleddert wird, auch von den Schweden. Okay, interessant. Ja, gut, vielleicht müssen wir uns später mit denen natürlich dann auch noch beschäftigen, falls wir soweit expandieren werden. Aber jetzt ist das nicht unser Ding. Ich könnte mir vorstellen, nee, was ist denn jetzt los? Gegen wen kämpfen wir denn jetzt? Wartet mal, hat sich jetzt möglicherweise unser eigener Verbündeter sich hier plötzlich gegen was gewandt? Oder wo kommt denn plötzlich diese Armee her? Herzog Tupommern mit über 600 Leuten? Wo kommen die her, Leute? Wer ist dieser Befehlshaber Mikulasch? Nee, der ist Höfling bei Herzog Svitebor. Keine Ahnung, wo er plötzlich diese Männer her hat. Wartet mal, also was heißt Herzog Svitebor? Ach, der Herzog ist gestorben. Oh nein, Herzog Simon Mischel ist gestorben und unser Verbündeter jetzt nicht mehr Verbündeter, doch eigentlich ist er noch verbündet. Okay, Leute, ich glaube, wir machen gerade das Spiel kaputt. Also, der Erbe des Herzogs von Pommern ist jetzt Herzog von Pommern. Er war vorher Graf, war unser Verbündeter, ist noch immer unser Verbündeter, aber in der Rolle des Herzogs kämpft er jetzt gegen uns. Er ist mit uns hier hingezogen als Freund und hat sich jetzt sozusagen gegen uns gewandt, weil wir natürlich seine neue Hauptstadt belagern. Was für eine skurrile Situation. Hm. Und unsere arme Tochter an seiner Seite. Ich weiß jetzt nicht, diese Schlacht müssen wir jetzt ausfechten, oder? Es bleibt uns anders übrig. Das Problem werden dann diese Truppen sein. Ich glaube nicht, dass er nochmal an unserer Seite kämpfen wird, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt hat er hier einen Vorteil gegen unser gepanzertes Fußvolk. Wir werden die Schlacht dennoch gewinnen. Aber unglücklich ist das jetzt nun allemal. Oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Es gibt ein der Herzog von Pomerellen. Es gibt jetzt hier offenbar, gab es eine Teilung? Es gibt jetzt Pommern und Pomerellen. Wer ist denn Herzog Gwinomir? Ist das nicht der Alte? Nee, der ist 25. Warte mal. Okay. Kann es sein, dass es hier eine Erbteilung gegeben hat? Das muss so sein. Das Herzogtum Pomerellen, wir gucken uns mal die Titelgeschichte an, wurde ererbt. Genau. Und zwar am 16. März 1072. Ist das der Todestag von ihm? War das gewissermaßen genau der Erbteil? Ja, tatsächlich. Okay, wow, damit habe ich gar nicht gerechnet. Es gibt eine Erbteilung dort. Wir sind jetzt, weil die natürlich verwandt sind mit beiden im Krieg. Die Situation wird immer komplizierter und außerdem kehren jetzt noch diese 1300 Mann hier zurück und langsam ist unser Herr zu schwach, um gegen die bestehen zu können. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt wirklich erst mal hier diesen einen Krieg zu beenden. Das mit der Schlacht klappt schon ganz gut. Der hat auch nochmal 837 Mann. Ach, du Schreck! So, lasst uns jetzt erstmal diese Schlacht gewinnen und hoffentlich diese Belagerung beenden. Wir sind jetzt bei 80 Prozent Krieg Stand. Wir gucken kurz mal die Verluste an. 54 zu 209. Das ist gut gelaufen. In Greifswalds... Ja, das hatten Mischung gesehen in Greifswald. Zwei Verbündete vom Rellen und Jadvinga. Sie haben tatsächlich zusammengenommen mehr Truppen als wir. Wenn sie sich jetzt hier geschickt anstellen, hätten sie kein Problem. Leute, wir müssen diese Sache irgendwie jetzt schnell über die Bühne bekommen. Kost es was es wolle. Das Problem ist, ich kann diese Belagerung natürlich jetzt nicht hier forcieren. Es sind 18 Monate. Ach, du Schreck, weil die auch so einen verdammten Donjon dabei haben. Ein Donjon. Ja, jetzt frage ich mich, ist es nicht sinnvoller, schneller eine kleinere Burg zu erobern? Bringt das nicht mehr Krieg Stand? Ich meine, die Hauptstadt bringt wahnsinnig viel Krieg Stand. Oder vielleicht die Hauptstadt des Herzogtums Pomerellen, die ist kleiner. Ja, in der Tat, ich glaube, die Eroberung dieser Burg würde zu lange dauern. Lustig, er wird uns jetzt tatsächlich immer noch als Verbündete angezeigt. Okay, das sind so hübsche Ausnahmesituationen, mit denen man auch erst mal rechnen muss. Auf jeden Fall tickt das Ganze für uns hoch. Ich weiß gar nicht, wie hoch das ticken kann. Bin mir nicht ganz sicher, wo das steht, wie der Maximalwert ist. Es kann sein, dass wir automatisch auf die 100% kommen. Auf jeden Fall eine interessante Konstellation. Ich mache mal ein bisschen schneller. Wir bleiben jetzt hier stehen und machen nichts. Und was passiert hier? Achso, es geht nochmal um Beeinflussung unseres Grafen, weil der ne, es geht um was anderes. Mir kam zu Ohren, dass einige Gemeine meines Reichs nach Akona ziehen, wo mein Ratsmarschall Graf Chibischlaff residiert. Ortsansätzige, die mich loben, auch wenn sie zugesogen sind, können sicher nicht schaden dabei, seine Meinung von mir zu verbessern. Doch, genau, es geht um den Grafen für 25 Gold. Ne, das ist es nicht wert. Das ist nur so ein Nebenbei-Projekt von uns. Das werden wir nicht machen. So, wir kommen hier ganz gut voran. Vier Monate, aber natürlich die feindlichen Armeen marschieren gegen uns und hier stehen 1285 vor unserer Hauptburg. Aber die werden ihre Zeit brauchen. Ich bin gespannt. Die wollen das natürlich jetzt zurückbelagern. Mit denen werden wir noch klarkommen. Wir können nur froh sein, dass die Schweden hier auch noch irgendwie agieren, weil dadurch sind unsere Gegner abgelenkt. Ganz komplizierte Lage. Ich hoffe wirklich, dass wir auf 100% jetzt springen. Immerhin wir sind auch wieder fast 1500 Mann. Der nächste Champion ist eingetroffen. Der andere war nämlich gar kein Champion und 21er. Den werden wir auch noch unbedingt rekrutieren. Sehr, sehr gut. Für 60 tut aber schon weh. Aber Leute, es ist so heikel mit unseren Schlachten. Wir müssen wirklich die besten Leute bei uns haben. Schäppern wird rekrutiert. Er wird der allerbeste und das bedeutet, dass wir unseren Ratsverwalter glaube ich es jetzt verbieten können. Mit gutem Gewissen, er würde sowieso nicht mitkämpfen, weil er eh jetzt einer der schwächsten ist. Der kann sich vielleicht noch erholen von seiner Verletzung. So, jetzt ist gleich die Belagerung zu Ende und wir haben tatsächlich die 100% hervorragend. Wir können diesen Krieg jetzt erfolgreich beenden. So, das bedeutet, wir erhalten die Grafschaft natürlich entsprechende Ruhm und erzwingen die Forderung gegen unseren Bündnispartner. so sei es. Gut. Das heißt, Wolin gehört jetzt zu uns. Kartentechnisch ein bisschen schwierig, weil es hier nur über Usedom gewissermaßen verbunden ist, wenn überhaupt verbunden ist. In der Realität nicht, aber da ist es nicht weit. Und wir sind jetzt über der Domänen Schwelle. Das heißt, wir müssen dieses Gebiet irgendjemandem anderen geben. Und ich habe da schon die eine oder andere Idee. Wir gucken mal, was wir bei Anliegen haben. Ja, da werden noch Ratsposten erwartet. Wir schauen überhaupt mal. Vielleicht sind ein paar neue, gute Leute dabei. Ne, wir machen das anders. Wir vergeben jetzt erst mal das hier. Wolin. Oder wollen wir Wolin behalten? Ist immerhin eine ganz gute Burg. Ne, ich glaube, wir behalten mal den Rest. Das vergeben wir. So, und jetzt gibt es einige Kandidaten. Und ich tendiere tatsächlich dazu, warum hat er so eine schlechte Meinung? Er würde, glaube ich, eine gute Meinung bekommen, wenn wir es ihm geben, Budivoy, weil er ist als Ratskanzler jetzt schon lange hier in Amt und Würden. insofern hätte er da durchaus was verdient. Warum? Warte mal, wer war jetzt noch mal Ratsmarschall? Jetzt sehe ich selbst nicht durch. Achso, Kanzler und Verwalter habe ich jetzt verwechselt. Genau, ich würde sagen, wir machen das mal. Wir machen unseren Kanzler hier zum Grafen. Gefühllos, keusch, großzügig, fähiger Taktiker. Der wird hier neuer Graf von Wolin. So soll es sein. Er hält 40 Meinungen für 50 Jahre, der wird sehr, sehr dankbar uns gegenüber sein. Okay, so, den nächsten Vasall, den wir da haben. Hier herrscht erstmal Frieden, Pommern ist jetzt gespalten und das wiederum bringt mich dazu, dass wir uns jetzt ja wunderbar gegen Pomerellen wenden können, wobei, naja, sie sind halt wieder verbündet mit unserem Verbündeten aber ich denke, die werden immer weiter schwächer. Die Frage ist, haben wir gegen ihn eigentlich irgendeinen Kriegsgrund? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen, glaube ich, Gertruda mal wieder losschicken, dass sie hier vielleicht einen Anspruch fingiert, vielleicht gelingt es ihr ja sogar, ah, wartet mal, wir sind nicht unmittelbar angrenzend. Das ist ärgerlich, das wäre jetzt sehr schön, aber deswegen können wir sie dort nicht hinschicken, dann müssen wir das hier hin machen. Ich denke, jetzt ist es klar, dass wir gen Osten expandieren müssen und dass unser Verbündeter vermutlich nicht mehr lange unser Verbündeter bleibt. Deswegen werden wir Tschetschin hier zum Ziel unserer Ansprüche machen. Noch herrscht nicht Frieden, noch müssen wir Krieg führen, aber wir sind wieder einigermaßen erstarkt, wir bekommen ja jetzt auch weitere Gefolgsleute aus Wolin. Insofern hoffe ich, dass wir jetzt hier die Lappländer besiegen können, die in Wismar schon relativ fortgeschritten bei der Belagerung sind. Verbleiben tun drei Monate, bis dahin müssen wir sie wieder vertreiben. Das schaffen wir hoffentlich beim nächsten Mal, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.